Ja, hallo und herzlich willkommen hier in Berlin. Ich bin gerade in Ahrwang, habe gerade frühstückt, es ist sozusagen Tag 1 für mich das Ability Tube Berlin. Ich habe ganz selbstbewusst dieses Wochenende sozusagen das größte Influencer-Treffen mit Behinderung Europas genannt. Und auf Instagram und so sind schon die ersten Reaktionen gekommen. Wo gibt es die Homepage, wo gibt es einen Live-Ticker? Also die Leute glauben, wenn man einen richtig guten Namen gibt, dass das Ganze eine fette Angelegenheit ist. Ich persönlich finde, es ist eine fette Angelegenheit, weil wir uns glaube ich zum 5. oder 6. hier in Berlin treffen. Alles YouTuber, Instagramer und Grammerinnen natürlich. Wobei ich muss sagen, wir haben nur eine Dame dabei. Echt eine schlechte Quote. Aber ich weiß, es gibt mehrere Influencerinnen mit Behinderung, vor allem hier in Deutschland. Aber vielleicht nächstes Jahr dann. Wir fangen jetzt einmal an. Erstes Ability Tube Berlin 2018. Und ihr seid dabei. Wenn wir jetzt in die Richtung weiterlaufen, und dann nach rüber, dann sehen wir eigentlich alles, was man so als Touri sehen muss. Sehr gut. Berliner Dom. Ihr könnt das durchziehen bis zum Brandenburger Tor. Könnt die komplette Touri-Tour machen. Rauch ab heute. Der Wurst da. Ja. Das ist nicht gut. Am Morgen höre ich ja auch versprochen. Ich habe das gerade schon oft gesagt. Hahahaha. Dieser Typ da hinten ist echt komisch. Der redet immer in so einem komischen Stabraum. Kommt sich so wichtig vor. Gut. Okay. Machen wir mal einen Schuh. Machen wir mal einen Hörner machen, ja? Juhu. Juhu. Normalo TV ist am Start. Entschuldigung. Jetzt gibt es Action. Wie die läuft oder was? Wo bin ich denn? Da bin ich. Der Martin ist nicht da. Ich bin so geil. Ja. Der Vlog-Kamera, ja? Kannst du nicht normal rangehen, wenn der Linse jetzt kaputt ist. Das stimmt ja gar nicht. Guck mal, wie die glänzt. Die freut sich, mich zu sehen. Also bitte. Früher hieß es immer, Kinder, esst auf. Ansonsten scheint die Sonne nicht und es regnet. Heute haben wir Klimaerwärmung und dicke Menschen. Also ich glaube nicht, dass die Weisheiten von den Eltern immer so stimmen. Also nicht immer zuhören und nicht immer alles beherzigen, was die sagen. Hast du mir irgendetwas wichtiges zu sagen? Nein. Du repräsentierst die Jugend. Du musst was zu sagen haben. Okay. Die Jugend ist gut. Behalte die Jugend. Fuck die Jugend. So, wer macht jetzt ein Foto? Bitte mach mir auch ein Foto. Also das ist jetzt erstmal alles Video. Der ultimative Beweis, dass ich in Berlin bin. Das Tor. Was geht denn ab hier, Marin? Martin? Ich beweise gerade meinen Zuschauern, dass ich in Berlin bin. Und jetzt gehen wir in die Beach Bar. Wir hoffen nur das Wetter heute. Das kann man ja nie übersehen. Keine Ahnung. Mein Saft ist da. Olladria. Hey Martin. Ich weiß, du bist gerade im Pinkeln. Deswegen misshandelt deine Kamera. Hahaha. Ich grüße dich, mein Freund. Hallo Martin. Martin. Und du weißt, wenn's ums Geld geht, ist Cash die Kohle. Hohohoho. So. Jetzt sind wir für den heimischen Zug. Das war e bellig C baterloin. Fliegen mit Ihren Olá und ein Haufen mehr. Danke zu Imma reinschauen und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüüü. Vielen Dank.